Landesbester Teilnehmer. Einer unserer Absolventen hat eine Einladung bekommen nach Mainz, weil er zu den Landesbesten Absolventen für die Weiterbildung zum IHK geprüften technischen Fachwirt gehört. Hi, Patrick Krawowski hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und diese Nachricht hier hat mich sehr von dem Teilnehmer gefreut und wir möchten jetzt einfach mal mit dir darüber sprechen, warum er zu den besten Landesabsolventen aus Deutschland gehört und wie wir sowas mit unseren Teilnehmern auch erreichen. Und natürlich muss man hier sagen, dass es nicht nur unser Erfolg war, dass er zu den Landesbesten gehört. Es ist natürlich auch ein motivierter Teilnehmer gewesen, der auch sehr engagiert und sehr gut mitgemacht hat. Ja, also auch hier geht das natürlich auf den Teilnehmer zurück und natürlich nicht nur von uns. Was aber immer ganz wichtig ist, man muss einfach mal herausfinden, wie das Gehirn am besten lernt. Ja, und wenn man halt weiß, wie das Gehirn am besten lernt, dann muss man halt auch in seinem Kurs die Unterrichtsmaterialien so den Teilnehmern zur Verfügung stellen, dass sie halt auch die Möglichkeit haben, die Inhalte einfach und leicht zu verstehen, sodass sie es halt auch in der Prüfung anwenden können. Ja, weil was wir natürlich immer mit unseren Teilnehmern machen ist, wir schauen uns ganz genau die Situation an und schauen auch, was für Möglichkeiten die Teilnehmer dann haben, um sich erfolgreich weiterzubilden und machen basierend halt auf den aus dieser Ausgangssituation ein Konzept, wie sie sich einfach und erfolgreich weiterbilden können. Dabei ist es dann halt auch wichtig, dass wir nicht nicht nur Theorie machen, ja, weil bei den meisten anderen Trägern ist es ja so, du hockst den ganzen Tag nur im Unterricht, hast da ganz viel Theorie und du denkst, du kannst es, der Unterricht macht Spaß, weil da eh nur ein Lehrer da hockt und du nebenbei am Handy fummeln kannst, ja. Und dann auf einmal geht es auf die Prüfung zu und du willst alles auf einmal in deinen Schädel reinkloppen und du weißt gar nicht, wo du und wie du anfangen sollst und wenn du dann halt Fragen hast bei der Anwendung, wie du das Wissen aus Papier bringen sollst, dann wirst du natürlich auf dich alleine gelassen, ja, und bist du auf dich alleine gestellt, weil wenn du dann mal einen Lehrer fragst nach dem Thema, das du vor drei Monaten behandelt hast, dann sagt er, hey, ich habe gar keine Zeit, das Thema sitzt doch eigentlich schon, ich muss mal einen Rahmenplan hier durchbekommen. Und aus dem Grund haben wir halt wirklich ein Konzept entwickeln, wie wir dieses Problem bei unseren Kursen lösen, indem wir halt einfach immer nur Theorie machen, kurz, einfach und verständlich, für jeden Lerntyp geeignet. Und danach gibt es halt immer ganz viele praktische Übungen und bei der praktischen Übung sehen wir halt auch, dass die Teilnehmer es lernen, wirklich anzuwenden, um es auch aufs Papier zu bringen, weil das wird ja später in der Prüfung auch erwartet. Und das Beste ist halt, dass hier bei dem Anwenden dann manchmal Fragen aufkommen, das ist ja auch völlig normal, weil wir sind ja auch Menschen, manchmal haben wir irgendwie ein bisschen Unsicherheit und wenn dann da Fragen aufkommen, dann sind wir persönlich für unsere Teilnehmer da, ja, wir machen kein E-Mail-Support oder irgendwas, das gibt es bei uns nicht. Wir sprechen persönlich miteinander, weil was ganz wichtig ist, wenn du mal ein Thema nicht verstehst, dass wir deine Sichtweise verstehen, wie du denkst. Und dann nehmen wir dich praktisch an die Hand und sagen einfach, hey, schau mal, die Sichtweise A, wie du das Thema siehst, ist in deiner Wahrheit so nicht in Ordnung, ja, komm mal mit, wir zeigen dir die Sichtweise B, weil das ist die Wahrheit in der IHK-Welt, ja, und dann zeigen wir dir halt, wie wir da hinkommen, dass du es halt auch nachhaltig und langfristig verstehst. Das heißt, du kriegst bei uns halt auch immer einen festen Ansprechpartner und halt auch eine Fragen-Flatrate. Das heißt, bei uns wird keiner alleine gelassen und wir beantworten dir halt alle Fragen, sodass du dann halt auch die Möglichkeit hast, dir wirklich Landesbester oder zu den Landesbesten Teilnehmern zu gehören. Weil wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, das wichtigste ist, wenn du so eine Weiterbildung machst, dass du natürlich die Prüfung bestehst und das Wissen aus Papier bringen kannst. Natürlich ist es auch wichtig, dass du dieses Wissen, was du gelernt hast, beruflich in der Praxis anwenden kannst, aber viel, viel wichtiger ist oder mindestens genauso wichtig ist natürlich, dass du die Prüfung bestehst, dass du das Wissen auch anwenden kannst, um in der Prüfung aus Papier zu bringen. Und dazu musst du halt einfach das Ganze anwenden können und das haben wir halt in unseren Kursen wirklich so Schritt für Schritt gelöst. Und da haben wir immer ein sehr gutes Verhältnis mit den Teilnehmern. Wenn da Fragen sind, dann reden wir einfach offen und ehrlich miteinander, weil unser Ziel ist es natürlich, dich nicht nur zum Fachwirt weiterzubilden, sondern halt auch zum Betriebswirt noch eine Stufe höher. Und das Ganze machen wir halt auch mit einer Erfolgsgarantie. Ja, das heißt, das ist ja auch das Geile bei uns. Wir wollen dich loswerden, weil wir dich zum Betriebswirt auch noch weiterbilden wollen und deshalb helfen wir dir natürlich auch. Und deshalb ist es natürlich unser Ziel, dich durch die Prüfung zu bringen. Ja, und bei den ganzen meisten anderen Kursen ist es halt so, sie geben keine Erfolgsgarantie, sondern du hast halt nur einen Kurs über einen Zeitraum X. Ja, und dann hast du dann Unterricht. Und wenn dieser Zeitraum X vorbei ist, dann hast du auch keinen Anspruch mehr, Fragen zu stellen. Ich freue mich einfach ganz arg, dass dieses System, was wir über Jahre hin entwickelt haben, wirklich so eine Marktreife gewonnen hat, dass wir Teilnehmer ausgebildet haben, die zu den Landesbesten gehören. Und wenn du jetzt auch herausfinden willst, ob du dich einfach und erfolgreich weiterbilden kannst und auch nur gute Ergebnisse erzielen willst oder einfach nur deinen Prüfungen bestehen willst oder halt Landesbester werden willst, dann geh doch jetzt einfach mal auf www.patrickkrabowski.de und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Ich freue mich bald persönlich mit dir sprechen zu können. Bis dahin, dein Patrick. Ciao.